In diesem Video geht es um das Element Wolfram. Ich erkläre dir, welche Eigenschaften Wolfram hat und wofür es verwendet wird. Wolfram ist ein chemisches Element mit dem Symbol W und der Ordnungszahl 74. Es ist ein Metall, das eine grau-silberne Farbe hat und für seine Stärke und Härte bekannt ist. Wolfram hat viele interessante Eigenschaften, die es für verschiedene Anwendungen nützlich machen. Wolfram wurde im 18. Jahrhundert von den schwedischen Chemikern Karl Wilhelm Scheele und Torben Olof Bergmann entdeckt. Sie fanden heraus, dass ein Mineral namens Schilid ein neues Element enthielt. Ein paar Jahre später gelang es den spanischen Brüdern Fausto und Juan José El Ruyá, Wolfram erstmals in reiner Form zu isolieren. Wolfram ist ein sehr starkes und schweres Metall. Es hat den höchsten Schmelzpunkt von allen Metallen, unglaubliche 3422 Grad Celsius. Das macht Wolfram widerstandsfähig gegen Hitze und sehr beständig gegen Verschleiß. Es ist auch ein guter elektrischer Leiter und hat eine geringe Ausdehnung bei Erwärmung, was bedeutet, dass es seine Form auch bei hohen Temperaturen gut beibehält. Wegen seiner hervorragenden Eigenschaften wird Wolfram für viele verschiedene Zwecke verwendet. Einige Beispiele sind Glühfäden in Glühlampen, Elektronik, Werkzeuge und Maschinen und Rüstungsindustrie. Wolfram kommt in der Natur in Mineralien wie Wolframid und Schilid vor. Die Hauptproduzenten von Wolfram sind China, Russland und Kanada. Um Wolfram zu gewinnen, werden die Erze zerkleinert und dann durch chemische Prozesse weiterverarbeitet, um das reine Metall zu erhalten. Wolfram wird in der Natur in Mineralien wie Wolframid und Schilid vor. Wolframid und Schilid vor.